Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu ThingThing Arena 3, created by Disease Productions. Sollte, du hast ein Bettmobil und kackst gegen die ab? Bitte dich. Okay, vielleicht auch nicht. Ah, okay, ich kann... Mein Gott, gibt's hier viel Scheiß? Mein Gott, gibt's hier viel Scheiß? Äh, okay, ist ja schon fast wie bei die Sims. Ähm, wow. Ich mag den Hut. Äh, Gott, wenn's alles nicht so klein wäre, ne? Was für ein Bart. Ja, der Bart ist super. Kann er dabei auch noch böse gucken? Sweet. Ja, das läuft auch so. Dann, äh, Body. Nein, nein. Ja, schon eher. Andere Farbe wär cool. Ja, damit kann ich leben. Hm, das gewinnt, glaub ich, noch. Gucken wir gleich mal. Hm, weißer Mantel hat natürlich auch Stil. Hm, er überzeugt mich noch nicht völlig. Ich glaub, dabei bleibt's mal. Äh, Hands. Haha, die Bunny Slippers, großartig. Ähm, also nicht, dass man hier im Moment viel von sehen würde, aber... Na, das ist es jetzt einfach mal. So, dann, äh, haben wir's doch. Ich würde jetzt gerne... Custom Game. Nee, kommt back. Quick Play. Und dann gucken wir einfach mal. ... ... ... ... Ah, mein Leatherster. Okay. ... ... ... ... ... ... ... Oh, Laser Rifle. Nice. Ah, wir können Double Jump im Street. Muss ich eigentlich... ... Habe ich irgendein Ziel? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, es geht grad einfach nur drum, möglichst lange zu überleben. Ja. Okay, ich sollte nicht in dieser grünen Wolfe stehen bleiben. Die kommt offensichtlich von einer Giftgranate. ... 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 Alter, das Ding ist schon ein bisschen da. ... ... ... ... Gut, dass hier genug Waffen rumliegen. Ah, ist jetzt schon nicht so richtig unterhaltsam. Also doch, unterhaltsam schon, es ist nur ganz anspruchsvoll. Gut, dass hier auch ein paar Waffen rumliegen. Gott, hört das auch irgendwann auf? Kann ich... Okay, ähm... Key, Screenshot Mode, Return, Quit to Menu, ja, äh, Quit to Menu. Und dann möchte ich ganz gerne mal ein Custom geben. Ähm... Im Haus, äh, Groß und, na, Casual reicht mir mal. Äh, das passt, Round Length machen wir ruhig mal 75 Sekunden und dann gucken wir mal. ��b k 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 Hm, da liegt was im Zwischenboden. Oh, Steak. Oh Gott, das ist ein Giftgas-Garnatwerfer. Was ist denn das für eine Kacke? Das will ich nicht. Äh, da müsste ich aber wahrscheinlich eher runter. Ich mach den Elefanten. Der ist super. Weißt du, steht irgendwo die Zeit? Meine 75 Sekunden ist jetzt nicht so lang. Ich mach den Elefanten. Ich mach den Elefanten. Ich meine... Hab ich irgendwas... Ich meine, ich hab doch die Runde auf 75 Sekunden gestellt. Also vielleicht spiele ich hier auch 78 Runden. Ich hab keine Ahnung, aber irgendwie... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich versuchze diese Runde auf 25 Sekunden. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, das war so nicht geplant. Das war so in den Aufnahmerraum kleiner gezogen, Entschuldigung. Ganz, ganz großer Moment. Aber irgendwie... ... 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